Beim Graben dabei, also erst mal der Oberbodenabtrag und parallel dazu haben wir schon mit dem Ausgraben angefangen. Sind jetzt also schon seit dem Winter hier und werden jetzt auch in den Sommer durch hier ausgraben. Ich würde Ihnen das ganz gerne mal an dem Plan ein bisschen verdeutlichen, damit man mal überhaupt was sehen kann. Das ist unsere Gesamtfläche, hier auf dem Plan zu sehen. Hier ist die Runde Wiese, die Orientierung. Hier sind wir gerade in den Containern, hier ist die Bergweltstraße. Und wir haben das gesamte Areal abgezogen und überall, wo Sie hier so etwas Schwarzes, Kleines auf dem Plan erkennen können, weil der Plan ist einfach zu klein, weil wir zu große Maßstäbe haben, sind archivistische Strukturen herausgekommen. Und wir können jetzt zum Beispiel, was wir schon mal erkennen können, ist auf jeden Fall, dass wir hier unten im Südosten auf jeden Fall eine massive Konzentration von Siedlungsstrukturen haben. Was heißt Siedlungsstrukturen? Das heißt Pfostenlöcher. Die Menschen haben früher in Holz Erde gebaut. Die haben also Löcher ausgehoben, Pfosten reingestellt, das Loch dann wieder zugemacht und dann die Pfosten benutzt, dazwischen Flechtwerk gemacht, das mit Lehm beworfen, Löcher drüber gebaut und alles aus Holz und Erde, also nicht zum Beispiel wie die Römer, die auch mal ganz gerne zum Beispiel den Ziegeln und den Stein gebaut haben. Und das verwottet alles in so einem Mineral, wir sind hier in dem mineralischen Boden, in dem Kiesschotter, der Milchner Schotter eben, da verwottet das alles und üblich bleiben einfach Bodenverfärbungen. Und diese Bodenverfärbungen sehen wir dann, die sind einfach dunkler, humoser, also nährstoffreicher und die heben sich dann durch den Kontrast in der Farbhebung und auch in der Zusammensetzung des Bodens vom umgebenden Kiesschotter ab. Wenn wir jetzt draußen sein könnten, könnte ich Ihnen das ganz genau zeigen, wie das aussehen würde. Sie würden dunkle Flecken im hellen Kiesboden erkennen. Und dann gehen wir hin, haben geschaut, wo sind überall die archäologischen Strukturen, markieren die. Vermessen die, wir arbeiten auch mit Drohnenunterstützung hier, machen Luftbilder und versuchen dann Stück für Stück die ganzen Strukturen zu erfassen. Und so entsteht dann halt so ein Masterplan, der uns halt sagt, wo sind die archäologischen Strukturen. Und ich denke, auch wenn man jetzt kein großes archäologisches, tiefergehendes Verständnis hat, kann man schon erkennen, ohne dass hier das großartig nochmal bearbeitet wurde, das sehen Sie, denke ich auch, dass hier sich überall Hausgrundrisse dran verstecken, die sich aus einzelnen Pfostenstrukturen bilden, die halt zusammen dann einen Hausgrundriss erkennen lassen. Und wir haben teilweise kleinere Hausgrundrisse, das sind dann solche Strukturen wie zum Beispiel hier oder hier, das sind dann sechs oder acht Pfostenbauten, die haben vielleicht nur zehn, zwölf, vierzehn Quadratmeter Grundfläche. Die sind so klein, die wurden benutzt, um da Getreide drin zu lagern, zum Beispiel, oder als Wirtschaftsgebäude ganz generell. Die sind so klein, die wurden eher nicht als Wohngebäude benutzt. Dann haben wir aber wieder andere Gebäude hier, die haben eine Innendilierung, die haben mehrere Schiffe, also die haben zum Beispiel Fürstenpfosten gehabt, die haben verschiedene Raumunterteilungen gehabt, mit einem rückwärtigen Raumbereich, einem vorderen Raumbereich, die haben Außenpfosten rein, die sind einfach aufwendiger gebaut und das sind ganz eindeutig Wohngebäude. Und das ist also auch ganz typisch für so eine Siedlungsstruktur, dass man Wohngebäude hat und eine ganze Menge Wirtschaftsgebäude drumherum. Das finden wir immer wieder in der Schotter-Ebene, auch in verschiedenen Gebrochen der Menschheitsgeschichte. Das ist einfach, der Forsten ist sozusagen der Stammladbefund der Architektur. Was wir jetzt hier noch haben, ist die Tatsache, dass wir eine ganze Menge Brunnen, haben, die ganze Menge heißt für uns im Moment, denken wir, dass wir sechs Brunnen haben. Sechs Brunnen für die Wasserhaltung. Natürlich, das ist auch sehr typisch für die Schotter-Ebene, das Grundwasser ist hier nicht sehr tief. Nach ein paar Metern erreichen Sie das. Herr Sleum, Sie wissen wahrscheinlich besser, wie das aktuell ist mit dem Grundwasserstand. Das hat wenig Gedingungen, um Menschheitsbilder zu sehen. Ja, aber normalerweise ist man relativ bald dabei. In der Schotter-Ebene nach drei, vier Metern oder so, trifft man dann eigentlich schon aufs Grundwasser. Und das hat sich natürlich auch verändert über die Jahrtausende. Aber selbst damals haben wir die technischen Möglichkeiten natürlich auf jeden Fall gehabt, um ihre Wasserhaltung durch Brunnenbau zu schaffen. Da haben wir einige Brunnen hier auf der Fläche. Und was auch noch bemerkenswert ist, wir haben eine Nekropole, das wurde schon angesprochen. Das sind wahrscheinlich sieben Gräber, entweder vom aller, aller, aller letzten Ende der Steinzeit, also aus dem Endneolitikum, der sogenannten Blockenbecherkultur, oder aus der direkt darauf folgenden Epoche, der Übergang ist da auch fließend, aus der frühesten Bronzezeit, aus der Frühbronzezeit. Und zeitlich bewegen wir uns so in etwa in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus. Das ist so ein ganz grobe Rahmen. Und dort haben wir jetzt eigentlich für den neudigen Tag, hatten wir eines dieser Gräber geworden zu öffnen. Das ist ein sogenanntes Hockertrab. Also die Menschen wurden in Hockerstellung mit angezogenen Knien, wurden die bestattet. Und haben sich so nieder, oder sie wurden so niedergelegt. Und da kann man auch ganz spezifische Bestattungsformen erkennen. Also wenn zum Beispiel der Hocker im Süden den Kopf hat und nach Osten blickt, ist es in der Blockenbecherkultur eher eine Dame. Das ist so die Regel. Wenn der Kopf im Norden ist und nach Osten blickt, ist es ein Mann. Und wir haben jetzt wahrscheinlich das Grab einer Frau geöffnet mit Gefäßbeigaben und wollten Ihnen das eigentlich schön präsentieren. Wir hatten es auch sehr schön präsentiert, geputzt, bereit gemacht. Eben war noch ein Kollege von der Presse draußen, der hat noch ein paar Fotos erwischen können, bevor es geregnet hat. Genau. Und das ist im Moment etwas, was wir machen. Wir haben auch ein Grab gefunden, das wahrscheinlich antik beraubt wurde. Da haben wir einen Raubgräberschacht quasi gefunden, wo zerschärbtes Material drin war. Also die haben sich damals reingeklaven, haben alles rausgenommen, was sie dachten, was wertvoll ist. Kann auch manchmal sein, dass man dann eben nichts von Wert findet, weil es nämlich vielleicht noch ein endneolithisches, also ein steinzeitliches Grab war. Wenn man auf der Suche nach Edelmetallen war, hat das vielleicht nicht sehr viel Wert für den damaligen Raubgräber gehabt. Auf jeden Fall haben wir einen Raubgräberschacht gefunden, wo das Material alles zerschärbt ist, das wahrscheinlich früher in dem Grab war. Das haben wir dann rausgeräumt und zerstört. Die Nekropole ist noch nicht weiter ausgegraben. Wir hatten jetzt gerade angefangen und das erste Grab halt geöffnet. Aber wir können schon sagen, aufgrund dessen, was wir von oben sehen, nachdem der Bagger das alles entfernt hat, die Erde, dass es sich nur um eine zusammenhängende Grabengruppe handelt. Die liegen alle sehr nah beieinander, sind alle in Nord-Süd-Richtung orientiert und sind auch so wie an so einer Perl-Schnur vom Norden nach Süden aufgeweiht. Also wir befinden uns da in diesem Bereich, weiß nicht, ob man das sehen kann, dass das hier so tröpfchenförmig, diese ganzen Strukturen sind. Da sind die ganzen Gräber, die wir jetzt gerade an Weißen zu öffnen. Und insgesamt von der Zeitstellung her, was wir bisher an Funden gefunden haben, der Herr Dr. Pitsch hat es schon angesprochen. Wir haben in W4 die Römer. Hier in W5 haben wir eine offengelassene mittelalterliche Siedlung, eine sogenannte Wüstung. Also man hat das Dorf irgendwann verlassen und wusste nicht mehr, dass es da ist. Wir haben hier in W8 Humusdeponie aus der sogenannten Hallstattzeit und aus der sogenannten Ordenfelderzeit haben wir Siedlungsspuren gehabt. Und hier zumindest anhand des jetzigen Fundmaterials können wir sagen, dass wir uns wahrscheinlich im Endneolithikum und in der frühen Bronzezeit befinden. Das muss aber die genaue Analyse des Fundmaterials noch zeigen. Das heißt aber natürlich nicht, dass hier auch noch ältere oder jüngere Siedlungsspuren drin sein können. Vor allem jüngere Siedlungsspuren, weil natürlich immer wieder an der gleichen Stelle gesiedelt wird. Ich meine, jetzt wird hier wieder gebaut, knapp 4000 Jahre später. Und wir haben natürlich hier auch den Fall, wir haben zum Beispiel, das sieht man, wenn man genauer hinschaut, die Häuser haben unterschiedliche Orientierungen. Das ist meistens immer, der Faktmann weiß es, ein Hinweis darauf, dass es verschiedene Besiedlungsphasen aus verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte sind. Also dass an der gleichen Stelle immer mal wieder gesiedelt wurde. Ich habe ein bisschen Fundmaterial mal mitgebracht für Sie. Das ist jetzt auch nicht spektakulär, wir hätten draußen ein schöneres sehen können. Es ist aber typisch, das muss man dazu sagen. Wenn man so eine Siedlung ausgräbt, dann findet man halt nicht jeden Tag einen Goldschatz, sondern man findet das, was an Siedlungsabfall in den Boden gekommen ist. Und das ist normalerweise kaputte oder zerschärfte Keramik und Knochen, nämlich Schlachtabfälle von Tieren. Das ist so der, also das ist eigentlich der Regelbefund, den man in so einer Siedlungsgauung hat. Also man kann es hier mal, ich würde es mal umgeben vielleicht, einfach eine Scherbe, das Sie, ihr kennt es sofort, das ist eine Scherbe mit Fingertupfensverzierungen. Hier ist es wahrscheinlich ein Teil vom Lebgewicht, das wir hier haben. Genau. Was? Aber darf man nicht mitnehmen? Ja, dürfen Sie nicht mitnehmen, ja? Hände, aber nicht essen. Und natürlich einfach so kleinere Schlachtabfälle, die wir sowas gefunden haben, das sind das Tierknochen. Dazu muss man wissen, in der Schotter-Ebene, in diesem mineralischen Boden, der ist relativ aggressiv. Knochen erhalten sich nicht so toll in diesem, in diesem Art von Boden. Deswegen haben wir nicht so reichhaltiges Knochenmaterial. Und gerade deswegen ist es eigentlich so interessant, wir haben die Gräber, wir haben jetzt die Bestattung gefunden, wir haben das feststellen können, das sind Lockergräber. Man sieht, das sind Körper, also die sind zwar teilweise auch sehr zerstört schon, fragmentiert, aber es sind komplett erhaltene Körperbestattungen und das mit einem Alter von 4000 Jahren plus, wenn man so will. Und das ist natürlich schon mal aller Ehren wert, gerade in so einem Boden, der eigentlich da recht aggressiv mit umgeht. Dazu, wir sind jetzt nicht draußen, deswegen muss ich Ihnen erklären, wir haben es eben noch gesehen, als wir draußen waren. Die ganze Archäologie, die wir hier machen, die findet zum Großteil im ersten Meter unter der Grasnach statt. Wir haben hier vielleicht, sage ich mal, 50 Zentimeter im Durchschnitt Oberboden abgetragen, so heißt das bei uns. Also Humus und die ganze Auflage über dem Schotter, der ganze Mutterboden über dem Schotter, dann kommt der Kiesschotter und an der Oberfläche des Kiesschotters sehen wir die archäologischen Strukturen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel dieses Grab freigelegt und nach vielleicht nochmal 5 oder 10 Zentimeter Abtrag, von dem Niveau, wo der Bagger für uns das sauber abgezogen hat, kam schon die Bestattung raus. Das ist also vielleicht 50, 60, 70 Zentimeter unter der antiken, oder nicht unter der antiken, sondern unter der modernen Ackerkrumme, ist es alles. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn da auch mal ein bisschen tiefer geflügt wird, oder wenn da ein bisschen mehr Erosion stattfindet, dann gehen diese ganzen Sachen auch sehr schnell verlustig. Die sind sehr fragil, was das angeht. Und gerade deswegen sind wir halt auch so glücklich, dass wir das hier alles so unter perfekten Bedingungen quasi ausgaben können. Die Erbbaufirma arbeitet super mit uns, hat das ganz schön abgezogen. Alle wissen um die Bedeutung und dass es halt auch auf Zentimeter ankommt. Da kann man nicht nochmal 50 Zentimeter Wehr abtragen, da ist das nämlich alles weg. Und deswegen ist es halt sozusagen diesen Punkt genau zu finden, dass man da genauer sieht, aha, da ist die Archäologie, die muss ich ausgaben. Das ist sozusagen die Kunst des Ganzen. Ja, was hätte ich noch zu erzählen? Also ich würde Ihnen gerne sehr viel am Beispiel draußen zeigen, weil es sehr viel eindrücklicher ist. Ist es nicht denn jetzt? Ja, gut. Vielleicht auch 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, dann hört es auf. Dann könnten wir vielleicht nochmal rausgehen, wenn der eine oder andere noch Interesse daran hat. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit vor allem hier uns in dem Bereich aufhalten. Da werden wir auch, wie gesagt, viel mit den Drohnen machen, um Luftbilder noch zu machen, weil diese Hauskundrisse so groß sind, dass wir die teilweise nicht anders sehen können. Da kann man diese neuen Technologien natürlich sehr schön nutzen. Hier oben in dem Bereich, in dem Areal, sind wir eigentlich schon mehr oder weniger fertig. Ich weiß nicht, ob man es jetzt aus der Ferne erkennen kann. Ein paar von diesen Häusern haben so halbkreisförmige Enden, so wie Absieden würden wir das nennen. Das ist eigentlich auch ein ganz typisches Charakteristikum für die frühe Bronzezeit. Und wenn die Gräber auch so ein bisschen in diese Zeit jetzt reinpassen, dann passt es eigentlich ganz gut, dass wir als Stichwort für Sie hier eine frühe Bronzezeitliche Siedlung haben, in der Schaffung ausgegraben werden und dann sind sie kaputt. Es ist üblich, dass nach einer solchen Grabung dieses ganze Grabungsareal auch als Denkmal gestrichen wird. Weil Ausgraben bedeutet hier in der Regel die Zerstörung. Trotzdem gibt es den Artikel 1 Denkmalschutzgesetz, der sagt, Bodendenkmäler sind zu erhalten. Und das würde theoretisch für jedes, auch für hierfür gelten. Aber wenn es einmal offen ist, geht es nicht mehr. Das heißt, man kann drauf gebaut werden. Genau. Dafür machen wir das. Das heißt, wir dokumentieren das jetzt, halten das alles fest und dann kann aber auch später ein Bauglatt aufgebaut werden. Genau. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen, dass wir im Vorfeld kommen, alles untersuchen, alle Daten gesammelt sind, auch teilweise für eine spätere Analyse, für tiefergreifende Analysen. Und dann sind wir aber durch und haben die Denkmäler nach allen Regeln der Kunst erfasst und dann gibt es kein Denkmal mehr da. Zumindest bis zur Bautiefe gibt es dann kein Denkmal mehr. Aber wenn wir hier fertig sind, wird hier gebaut. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie noch mehr finden, wenn Sie es tiefer graben? Nein. Das ist vielleicht noch ganz interessant für Sie zu wissen, der Schotter hier, das ist eiszeitlich. Diese eiszeitliche, moränen Ablagerung. Und die ganzen archäologischen Strukturen, die wir jetzt hier haben, also frühe Bronzezeit oder Glockenbecherkultur, das ist alles viel, viel später, das ist alles nacheiszeitlich. Das heißt, wenn ich in dem natürlichen anstehenden Boden keine archäologische Struktur finde, ist da auch nichts. Da kann dann nicht irgendwie fünf Meter tiefer dann auf einmal wieder was kommen. Das passiert nicht. Genau. Kann man sagen, was das für Leute waren? Waren das Bauern oder? Das sind bäuerliche Gesellschaften gewesen. Ja, die haben natürlich ihre eigene Ackerbau, ihre eigene Viehzucht betrieben. Wenn man da mehr ins Detail geht, also mehr Analysen durchführt zum Beispiel, dann kann man manchmal sagen, in dem Gebäude, also wenn man zum Beispiel Bodenproben analysiert wurde, wird Getreide gespelzt oder sowas. Oder da wurde Getreide gelagert. Das kann man dann alles sagen, wenn man tiefer in die Details geht. Das ist auch in den alten Flächen, wie B8, Humusseponie zum Beispiel, wurde das ganz genau für viele Häuser festgehalten anhand der Zusammensetzung der Böden, die da in den Forsten gefunden wurden. Aber man kann nicht rekonstruieren, was da damals angebaut wurde. Doch, das können Sie auch. Also wenn man die Proben hat und wenn die Erhaltungsbedingungen gut genug sind. Mineralische Böden, wie gesagt, sind nicht so toll wie jetzt Feuchtböden zum Beispiel, aber man hat trotzdem immer noch genügend Aussagekraft. Und dann findet man in so, wenn man archiprotanische Untersuchungen macht, findet man dann zum Beispiel in den entnommenen Bodenproben zum Beispiel Makro-Reste von Getreide. Und dann können Sie sagen, da ist die und die Art von Getreide angebaut worden zum Beispiel. Das wäre möglich. Ich muss das sehen, wir jetzt vor Ort, wir bloß im Auge nicht. Das ist was Klassisches für so ein bisschen. Das wird in der Regel noch untersucht, ja. Es wäre interessant zu wissen, ob die Leute damals, vor über 4000 Jahren, ähnliche Dinge angebaut haben wie heute. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Bio-Kut und Meißel. Und zwar waren alle sehr gerade da möglich, aber dass man, sagt man, auch Getreide und auch wahrscheinlich, ja. Ja gut, ein eigener Forschungszweig, die Archiprotanik. An vielen Unis gibt es die. Die hat anhand von Hunderten von Proben in ganz Bayern oder in ganz Deutschland schon herausbekommen, welche Getreidearten, welche Obst- und Gemüsearten in welcher Zeit angebaut wird. Da ist man in der Forschung schon sehr, sehr weit, weil schon seit vielen Jahrzehnten solche Bodenproben aus dem Brunnen, meistens aus dem Feuchtboden-Milieu, entnommen werden. Und diese weit über Hundert, Hunderte von Proben in ganz Bayern, in ganz Deutschland, ergeben ein Bild, was in welcher Zeit die Leute zum Essen und zum Anbauen hatten. Dazu möchte ich vielleicht noch kurz sagen, also das reichhaltigste Fundmaterial, abgesehen jetzt von den Gräbern, erhoffen wir uns eigentlich immer aus dem Brunnen, weil die immer bis ins Grundwasser gereicht haben. Und wenn der Grundwasserspiegel heutzutage zumindest vergleichbar ist oder vielleicht sogar ein bisschen höher ist, dann liegt das heutzutage immer noch im Wasser. Und im Wasser erhalten sich organische Materialien, hölzerne Einbauten von Brunnen zum Beispiel, oder sagen wir mal der Eimer, mit dem das rausgeholt wurde, das Wasser oder sowas, die erhalten sich in feuchten Böden einfach viel besser, die organischen Reste. Und wenn man dann einen Brunnen oftmals ausgrabbt, dann findet man an der Sohle im dauernd vernäßten Zustand dann tatsächlich nochmal die Hölzer aus diesen Strukturen. Und in W8, wie gesagt, wurde ein Brunnen gefunden und der wurde ins Jahr 1085, glaube ich, vor Christus datiert. Warum so genau? Weil man eben im feuchten Boden noch die Hölzer erhalten hatte, die man ganz genau dendrochronologisch, also über die Jahrringzählung datieren konnte. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir sowas hier in unserem Brunnen dann finden würden. Aber so weit sind wir jetzt noch. Wie steht, aus der heutigen Grundstatt, wenn man die Möglichkeit nimmt, man arbeitet, die Schulter zu schaffen? Ja, also wenn ich das, unsere letzten Brainstorming-Sitzung noch richtig habe. Also da sagen Sie, was das wird. Ich will eigentlich bloß sagen, es ist mir Herrn Lindern und den Gemeinderäten mit in die Sitzung geben. Also geplant war ja ursprünglich, dass man das kritisch für den Gemeinderat die ersten Neuigkeiten jetzt auch zeigen und dann in den nächsten Wochen Veranstaltungen machen für die interessierte Öffentlichkeit, dass eben Hobbyarchäologen die Möglichkeit haben, mal geführt auf das Gelände zu kommen, weil das ja gesichert ist, damit eben nichts beschädigt wird. Und da würden wir im Gemeinderat, wenn der Interesse besteht, noch mal mit einladen und dass man das zusammen zur Begehung macht vor Ort. Ich spreche für mich, meine Kollegen und Kolleginnen, die Sie in der Sitzung sind ja sehr betraut haben, dass das heute schon so terminlich knapp gefasst ist, dass man also nicht benötige Zeit, wenn man ein großes Interesse hat. Also genau, darum eben auch die Strukturierung so, dass eben in mehreren Etappen da noch mal Zugang gewährt wird. Heute wäre halt interessant gewesen, weil die Archäologen dann in der Nekropole auch weiterarbeiten müssen und so hätte man heute die Möglichkeit gehabt, dass live bei so einer Eröffnung eben mit dabei zu sein.